Die Liberalen sind bereit, nach der Bundestagswahl Regierungsverantwortung zu übernehmen. Dies hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf dem Parteitag in Berlin unmissverständlich klargestellt. Allerdings knüpft Lindner eine mögliche Koalition an gewisse Bedingungen. Dies sei zum einen ein Einwanderungsgesetz, das zwischen einem vorübergehenden humanitären Schutz für Flüchtlinge und qualifizierter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt unterscheide. Zum anderen wollen die Liberalen auf keinen Fall eine Umwandlung der Eurozone in eine Transferunion mittragen. Aber wenn die Idee sein sollte, über einen Haushalt ein eigenes Budget der Eurozone eine Geldpipeline von Deutschland zu legen, die automatisch und ohne Zweckbindung in andere Staaten Europas geht, dann ist das ein solcher Finanzausgleich eben nicht mit uns zu machen. Denn diese Transferunion wird Europa nicht stärken, sondern schwächen. Lindner schließt in Berlin keine Koalitionsvariante aus, lässt also auch die Tür für ein Jamaika-Bündnis mit Beteiligung der Grünen offen. Die Zukunft von Dieselautos und Benzinern gilt allerdings als möglicher Knackpunkt für eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Welche Koalitionen nach der Wahl rechnerisch möglich sind, ist eine Woche vor der Bundestagswahl nach wie vor offen. Zur Not, so stellt Lindner klar, ist die Rolle der Liberalen eben die Opposition.